Sag mal, bist du bescheuert? Was soll denn das heißen? Du bist schon auf dem Gelände. Mensch, Horst, wir sind in zwei Minuten dran. Und die Nummer 78 ist Inga und Horst. Moment, warte, nicht die Nummer 33? Wir haben mit den Jodelbrüdern getauscht. Technische Probleme. 33. Ah, da, Jodelbrüder. Okay. Wo ist dein Partner? Der ist quasi schon fast so gut wie bald da. Mensch, lässig. Könnt ihr nicht noch mal eine Kaffeepause machen, so wie heute schon ungefähr zehnmal? Schau, wir sind schon total über die Zeit. Und die Jury ist auch sehr müde. Sorry. Aber ich könnte höchstens die Nummer 79 vorziehen. Aber dann seid ihr die Letzten für heute. Total okay. Total gerne. Wir warten schon seit zehn Stunden. Komm, Markus, wir gehen rein. Micky? Äh, Markus. Micky. Markus, mit K. Ja, er ist da sensibel. Also, wir hätten Pokerface von Lady Gaga vorbereitet oder Candyman von Christina Aguilera. Geil. Es tut mir leid, das darf ich dir jetzt nicht erlauben. Puppen sind beim Casting nicht erlaubt. Was? Moment, das stand aber nirgends. Doch, Casting-Einladung, Paragraph zwei, ganz oben. Nur echte Menschen. Oh, shit. Ich finde eure Sendung sowieso scheiße. Wart mal, kennst du Step'n'Out? Ich hab die Musik da. Dann können wir vielleicht... Mit dir? Mhm. Nee. Stepp'n'Out with my Baby. Schade eigentlich. Cooler Song. Du kannst singen. Denk nicht mal dran. Bitte, bitte, bitte. Ich brauch diese Unterschiede. Ey, die feuern mich. Nummer 78. Komm, wir sind die Letzten für heute. Bitte. Inga, es tut mir leid. Nummer 78. Einfach auf Play drücken, ja? Da. Was? Hallo, ich bin Inga. 78? Mhm. Na, endlich. Niemals. Und wo ist Ihr Partner? Der ist ein bisschen nervös. Nervös? Schüchtern. Ich glaube es nicht. Wenn Sie so schüchtern sind, was wollen Sie dann im Fernsehen? Liebe, äh, Inga? Du bist doch ein guter Sänger, Ryan. Ja, lass mich. Geh da raus. Es tut mir leid. Für Soloproduktion haben wir leider keinen Platz. Bist du ein Feigling? Hi. Ryan, was machst du? Äh, dass du? Das ist eben. Die Musik. Bist du ein Feigling? Ja, lass mich. Bist du ein Feigling? Bitte, bitte. Bist du ein Feigling? Ja, lass mich. Bist du ein Feigling? Bist du ein Feigling? Ja, lass mich. Ich bin ein Feigling. Die sind total gut zusammen. Aber ihr gehört zum Produktionsteam. Ja. Ich fand's ganz gut. Ich fand's klasse. Also, ihr habt mein Go. Liebe Inga, lieber Ryan, ihr habt dann vier Go's direkt ins Finale. Oh mein Gott! Ryan, du bist gefeuert. Oh mein Gott, 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 du bist gefeuert.